Monk genommen, er hat Beastmaster genommen, oder? Ja, ne? Richtig! Gut, ähm, ja, äh, Monk entwaffnet ja und Beastmaster kriegt ja ein paar Hunde zugewiesen, äh, wenn er Glück hat, kann er auch ein zähmen. Ähm, auf jeden Fall, ja, versuchen wir jetzt, äh, hier möglichst, ähm, ja, möglichst lange zu überleben, würde ich sagen. Was hast du denn da so? Nee, nichts. Weil hat da hier gerade jemand geschrien, dass er Chameleon hat? Nee, ich hab mir gerade über deine Aussage gelacht. So, Bäume snacken. Okay, snack mir hier ein paar, äh, die Hütze. Boah, ist so schnell leer hier, das geht ja überhaupt nicht. Die hocken nicht alle sowas hier aufeinander. Wo bist du? Tja, wo bist du? Ich versuche dich gerade schon irgendwie ausfindig zu machen. Okay, Komposition. Ähm, minus 42, 12. Minus 42, 12. Minus 42, 12. Da bin ich wohl gleich da. Okay, beeil dich, eine Minute. Gut, ich bin hier. Hast du schon was für mich? Jo, ein Schwert. Gut, denn jetzt Beeilung, schnell weg. Oder? Okay. Oh mein Gott. Dann erst mal ins Feuer. So ein Depp. Okay, komm, 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 schnell weg hier. Komm hier lang, in die Richtung. Ich kann hier rennen. So, jetzt, gut. Lauf, 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 lauf. Ich habe noch nicht mehr einen Wunsch. Äh, den hier neben uns könntest du monken. Soll ich? Warte. So, warte, jetzt erst mal aufpassen. Soll wir uns den nehmen? Ich weiß es nicht. Komm, wir uns den zweiten. Los, los. Los, ja, da kräftet gerade. Bam, 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 bam. Oh, los, in der Erde. Tut. Okay, wieder hoch. Und was? Da, rein. Rechts neben uns sind welche. Also, nach links. Das ist wohl richtig erkannt. Ich habe aufgepasst. Hat er hier... Etwa drei. Oh, hier sind wirklich, äh... Very... Very... Oh, yes. Ha, ha. Na gut. Oh, yes. Das ist eben, was... Spaß, bei sich. So, wo gehen wir jetzt erst mal hin? Ich weiß nicht. Hier. Warte mal. Ist hier jemand? Nö, sieht nicht so aus, wer hier ist. Wir sind ja kein Monster, ne? Tja, na gut, ja. Aua! Hey! Überhaupt, warte mal, schütze mich! Gib mir Dago! Ich halte mal den Lohnstab in der Hand, ist vielleicht ein bisschen abschreckend. So, der Hund, der läuft einfach quer irgendwo lang. Hast du nicht gut erzogen, ne? Hm, Affe. Nee, das ist ein Hund, kein Affe. Hm, da hab ich wohl was Falsches gekauft. Thomas! Jo. So. Ich würd sagen, da hab ich wohl gerade ein... ein leckeres Filet-Steak gegessen. Hier, oder da, 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 da. Oh, oh, oh. Ich würd eigentlich wenigstens ein bisschen Eisen haben. Lustig wärs, wenn man Skelette irgendwie entwaffnen könnte mit dem Starr. Aber das ist schon eins. Stell' mal vor, dann ist der Hund. Da hab ich schon ausgeliefert, oder? Ehrlich gesagt, genau wie sie ist, ne? Kann's ja mal versuchen. Ah, nee, bist verrückt. Das gibt's einprozentig nicht. Gibt's doch gar keine Textur, äh... Ja, ja, das reicht, das reicht, das reicht. Ohne Bogen. Beziehungsweise wär mir neu, wenn's das geben würde. Hier oben ist noch was Eisen. Du könntest ja... Ohre Bill was abbauen. Ah, ich halt hier... Ich fieb hier ein bisschen Wache. Da ist grad irgendwie ne Einladung, was abzubauen. Oh, das haben wir nämlich schneller. Okay, dann nehm ich mal ein bisschen... Stone mit. Bau, 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 bau. Oh, da haben wir doch schon ein bisschen Eisen. Wollen wir uns da erstmal ein Eisenschwert mitmachen, oder was denkst du? Ja. Ja, würd ich sagen... Ist besser. Wir oben haben... Ich meine gehört zu einem Eisenschwert, macht gar nicht mehr Schaden als ein Steinschwert. Ist halt nur genauso haltbar. Also, äh, länger haltbar. Nee. Denk ich nicht. Ich denke schon, dass das mehr Schaden macht. Hm. Ich weiß es nicht. Hier, warte, ich geb dir das Eisen, du hast ja bestimmt Holz. Okay. Wo verziehen wir uns dann hin? Mal gucken. Werfen wir mal noch ein bisschen Eisen her. Ja. Wäre vielleicht gut, wenn wir ein paar angreifen, die, äh, die noch nicht so ausgestattet sind und dann uns da ein bisschen, äh, an deren Sachen beteiligen. Thomas? Was sagst du dazu? Ja. Das kann man natürlich auch machen. Ja. Gehen wir mal ein bisschen offensiv an die Sache. Obwohl, wir ja in den letzten, äh, letzten Ausnahmen und so, ja, schon ein bisschen gemerkt haben, dass offensiv nicht das wahre ist. Aber wir müssen auch ein bisschen Action zeigen. Ich die ganze Zeit in der Höhle rumhängen und dem Hund beim Tanzen zu sehen. Okay, los. Was? Na, du hast hier wieder... Egal. Ich hatte nie mehr. Dann ganz oder gar nicht. Dann hättest du es auch sein lassen können. Egal. Bist du jetzt hier wieder durch die Höhle? Ja. Na, ich komm raus. Zoom uns, Leute. Wir müssen jetzt rum. Ja. Ach, Thomas. Ja, hallo. Ich bin ja vorgegangen und du bist ja auch wohl lang gegangen. So. Das noch mit und los geht's. Dann aber. Letztes Mal war auch sehr, äh, sehr komisch, dass...